Musik Also das Speedheading macht total viel Spaß, weil wir viele lustige und engagierte Leute schon kennengelernt haben. Es ist was ganz anderes, die Leute einmal persönlich kurz zu sehen, auch wenn es nur 10 Minuten sind. Musik Musik Ja, die Stadt Gelsenkirchen ist meine Heimat. Ich bin hier geboren worden und dementsprechend habe ich halt ein großes persönliches Interesse, daran hierzubleiben. Ich erwarte jetzt Kollegen und auch einen sicheren Job. Ich finde, dass die Stadt Gelsenkirchen ein guter Arbeitgeber ist. Ich habe bisher von Freunden sehr viel gehört. Aus der Schulzeit gibt es einige, die jetzt bei der Stadt Gelsenkirchen arbeiten und die sind auch alle sehr zufrieden. Musik Ja, dass sie mir unterschiedliche Bereiche vorgibt, also abwechslungsreiche Bereiche, dass ich mal überall sozusagen hineinschnuppern kann und gucken kann, welcher Bereich der Stadt mir wirklich am besten liegt. Eintritt interessiere ich mich sehr dafür, weil ich die Vielseitigkeit des Berufes schätze. Man kann an vielen Einsatzorten eingesetzt werden in unterschiedlichen Ämtern und kommt mit unterschiedlichen Leuten in Kontakt. Und zum anderen glaube ich, dass es dort viele nette Kollegen gibt und auch der Beruf als Beamter schenkt einem natürlich dann mehr Sicherheit. Musik Ja, also im letzten Jahr war es genauso erfolgreich wie dieses Jahr. Und wir konnten auch Leute, die sich hier beworben haben und vorgestellt haben, auch tatsächlich dann einstellen und haben sich erfolgreich im Bewerbungsverfahren dann bei uns bewiesen. Musik 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 Musik